Das chinesische Redmi Note 11 5G erschien vor kurzem als Poco M4 Pro 5G in Europa und tritt hier die Nachfolge des Poco M3 Pro 5G an. Dabei bietet es einige Verbesserungen, ist aber auch etwas teurer geworden. Los geht es nun ab knapp 230 statt knapp 200 Euro beim Vorgänger und die maximale Ausstattung kostet knapp 250 Euro, was 20 Euro mehr sind als beim Poco M3 Pro 5G. Erhältlich ist das Poco M4 Pro 5G wieder in den drei Farben Schwarz, Blau und Gelb, wobei alle Varianten mit einer matten Rückseite ausgestattet sind. Nachdem ich das Poco M4 Pro nun mehrere Wochen getestet habe, ist es Zeit für die ausführliche Review. Wir starten mit dem Design und diesmal ist mir die blaue Version vom Poco M4 Pro 5G zugeflogen. Diese passt mit ihrer hellblauen bis silbrigen Farbgebung und dem rauen, fast schon wie eiswirkenden Finish auf der Rückseite hervorragend in die Jahreszeit und macht optisch echt was her. Gefertigt wird das Poco M4 Pro 5G aber wie schon sein Vorgänger aus Kunststoff, was natürlich wieder damit einhergeht, dass sich das Smartphone relativ leicht biegen lässt. Eine IP-Zertifizierung gibt es leider nicht, wenngleich trotzdem ein grundlegender Schutz vor Spritzwasser vorhanden ist, wie man am Dichtring in der SIM-Schublade erkennen kann. Die Hardware-Tasten sind übereinander an der rechten Seite platziert, was bedeutet, dass die Lautstärkewippe mal wieder nur mit Umgreifen komplett zu erreichen ist. Unten findet man die Anschlüsse, ein Mikrofon und einen Medienlautsprecher. Oben findet sich der Infrarot-Blaster, ein zweites Mikrofon und der zweite Medienlautsprecher. Das Display ist mit 6,6 Zoll etwas größer geworden, setzt aber nach wie vor auf IPS-LCD-Technik mit Full-HD-Plus-Auflösung und 90 Hz Bildfrequenz. Erfreulich ist, dass die 90 Hz nun deutlich besser zur Geltung kommen, da nun ein etwas schnellerer Prozessor verbaut wird, welcher im Alltagsgebrauch häufiger die nötige Bildrate liefern kann. Insofern fühlt sich das Poco M4 Pro 5G flüssiger als sein Vorgänger an. Von der Qualität her ist das LCD-Display ganz ordentlich. Es gibt kaum Schattenbildung um die Punch-Hole-Kamera auf der Front oder an den Rändern und die Ausleuchtung ist auch gleichmäßig. Auch die Farbwiedergabe und der Kontrast stimmen. Zu den Abstrichen, die man hinnehmen muss, zählt aber das Fehlen von HDR-Unterstützung und natürlich auch die relativ geringe Displayhelligkeit von maximal 450 Nits, was bei direktem Sonnenlicht zu einer reduzierten Lesbarkeit führen kann. Der Touchscreen erkennt maximal 10 Berührungspunkte und besteht aus Gorilla Glass 3. Er funktioniert gut, eine gewisse Trägheit ist allerdings vorhanden, obwohl der Hersteller eine Abtastrate von 240 Hz bewirbt. Davon merke ich leider nichts. Was dem Smartphone leider fehlt, ist eine Benachrichtigungs-LED auf der Front. Das ist schade, denn mangels OLED-Technik gibt es natürlich auch kein Always-On-Display. Kommen wir dann zur Performance und wie vorhin schon angeteasert, hat sich diese beim Poco M4 Pro 5G im Vergleich mit dem Vorgänger deutlich gebessert. Grund dafür ist ein neuer Chip, denn verbaut wird hier der Mediatek Dimensity 810. Dieser ist zwar mit dem Dimensity 700 identisch ausgestattet, liefert aber einen höheren CPU- und GPU-Takt und wird nun mit 6nm statt 7nm gefertigt. Die höheren Taktraten machen sich deutlich bemerkbar und führen zu einem flüssigeren Nutzungserlebnis im Alltag, was sich vor allem beim Surfen im Netz, aber auch beim Multitasking bemerkbar macht. In den Benchmark-Ergebnissen geht es natürlich auch entsprechend nochmal eine ganze Ecke nach oben. Was Spiele betrifft, laufen anspruchsvollere Titel durchaus auf dem Smartphone, solange man nicht die höchsten Grafikeinstellungen nutzt. Shadowgun Legends läuft zum Beispiel mit dem Hoch-Preset noch recht flüssig, auch Asphalt 9 Legends lässt sich mit den Standardeinstellungen ganz gut spielen. Rechnet aber nicht damit, dass ihr mit Spielen das 90Hz Display ausnutzen könnt, das ist technisch einfach nicht machbar. Wer aber nur hin und wieder ein wenig daddelt, wird hier sicherlich zufrieden sein. Beim Speicher ist das Poco M4 Pro 5G mit 4 GB oder 6 GB LPDDR4X RAM und 64 GB oder 128 GB UFS 2.2 Festspeicher ausgestattet. Beide erreichen recht flotte Datenraten. Was leider nicht verbessert wurde, ist die MicroSD-Erweiterung, denn diese belegt nach wie vor einen der beiden SIM-Slots. Bei den Sensoren gibt es eine vollständige Grundausstattung, Kompass und Gyroskop sind also vorhanden und funktionieren genau und ohne Aussetzer. Der Fingerabdrucksensor befindet sich abermals seitlich im Power-Button und entsperrt wahlweise bei Berührung oder erst beim Drücken der Taste. Der Sensor arbeitet ohne große Verzögerung und hat im Alltag stets zuverlässig funktioniert. Face Unlock wird auch unterstützt, funktioniert aber nicht bei Nacht, da der Bildschirm beim Entsperren nicht hell aufleuchtet. Oben im Rahmen bietet das Poco M4 Pro 5G wie die meisten Xiaomi-Smartphones einen Infrarot-Blaster. Dieser kann in Verbindung mit der Mi Remote App zum Steuern anderer Geräte genutzt werden. Der USB-Anschluss setzt auf den USB-C-Standard mit USB 2.0 als Basis, USB-OTG wird unterstützt. Ein erwähnenswertes Highlight ist das Vibrationsfeedback, welches beim Poco M4 Pro 5G nun endlich auf einen Linearmotor setzt. Als Betriebssystem läuft auf dem Poco M4 Pro 5G Xiaomi's MIUI in der Version 12.5 auf Basis von Android 11 und im Testzeitraum mit recht aktuellem Sicherheitspatch vom November 2021. Ihr bekommt hier wie immer die typische MIUI-Nutzerfahrung geboten, wobei der Launcher für Poco standardmäßig mit aktiviertem App-Draw ausgeliefert wird. Google-Zertifizierung ist beim Poco M4 Pro natürlich auch vorhanden und erlaubt die Nutzung aller Google-Dienste ohne Einschränkungen. Widevine Level 1 DRM ist vorhanden und erlaubt mit Diensten wie Netflix, Amazon Prime und Wipo TV das Streaming in hoher Auflösung. Bloatware ist wie immer bei Xiaomi Smartphones auch hier am Start, kann aber zum Großteil deinstalliert werden. Die einzige Ausnahme ist Facebook, welches mal wieder mit Systemdiensten im System verankert ist und diese kann man leider nur deaktivieren. Im Mobilfunk bietet das Poco M4 Pro 5G, wie der Name schon vermuten lässt, Unterstützung für den neuesten Mobilfunkstandard. Alle für Europa und Deutschland wichtigen Frequenzen sind am Start und der Empfang war im Test hervorragend. Bluetooth wird mit dem Standard 5.1 unterstützt und liefert auch eine solide Reichweite. NFC wird unterstützt und erlaubt dank Google-Zertifizierung auch die Nutzung von Google Pay. Im WLAN liefert das Poco M4 Pro 5G einen ganz guten Empfang. AC-WLAN wird unterstützt und erreicht netto neben dem Router einen Schnitt von 288 Mbit pro Sekunde. Ein Stockwerk darunter wechselt das Smartphone ins 2,4 GHz Band und erreicht hier noch 41,7 Mbit pro Sekunde. Im GPS-Test hat sich das Smartphone sehr gut geschlagen. Die Signalstärke sieht trotz bewölktem Himmel gut aus und die Genauigkeit ist hoch. Beim Navigieren und Tracking gab es keine Aussetzer oder Abweichungen. Zur Beschallung bietet das Poco M4 Pro 5G nun endlich Stereo-Lautsprecher. Der Stereo-Effekt ist deutlich wahrnehmbar, die Qualität der Lautsprecher wurde aber nicht verbessert. Wie beim Vorgänger ist der Klang eher mittenbetont und es fehlt an Tiefgang. Wie beim Vorgänger ist der Klang eher mittenbetont und es fehlt an Tiefgang. Wie beim Vorgänger ist der Klang eher mittenbetont und es fehlt an Tiefgang. Kopfhörer lassen sich hier noch mit einem klassischen 3,5mm Anschluss betreiben. Dieser liefert ein sauberes Signal mit ordentlicher Maximallautstärke. In den Einstellungen findet man den Mi Sound Enhancer, welcher verschiedene Optimierungspresets bietet. Darüber hinaus gibt es einen System-Equalizer, Voreinstellungen für verschiedene Xiaomi-Kopfhörer und einen HiFi-Audio-Modus. Beim Telefonieren schlägt sich das Poco M4 Pro 5G gut und liefert einen klaren Sound an beiden Enden der Leitung. Voice over LTE und Voice over Wi-Fi werden beide unterstützt und das alles hat bei mir im O2-Netz einwandfrei funktioniert. Die Kameras wurden verglichen mit dem Vorgänger deutlich zusammengestrichen. Die Tiefen- und Makro-Kameras sind verschwunden, ersetzt wurden sie durch eine 8-Megapixel-Ultra-Weitwinkel-Kamera. Im Gegenzug wurde die Frontkamera nun mit einem 16-Megapixel-Sensor aufgerüstet. Die Hauptkamera bleibt mit ihren 50-Megapixeln-Auflösung unverändert. Schauen wir uns die Kameras mal genauer an und starten hier mit dem 50-Megapixel-Sensor im Standardmodus. Hier bekommt ihr dann 12 Megapixel-Bilder, welche prinzipiell für ein Budget-Smartphone nicht schlecht aussehen, Detaildarstellung sowie Fokus und Auslösezeit überzeugen. Der Teufel liegt jedoch im Detail. Zum einen ist der Dynamikumfang der Kamera nicht sonderlich gut und selbst mit aktivem HDR gibt es oft nur eine geringfügige Verbesserung. Zum anderen hat die Kamera massive Fokusprobleme, das ist vor allem bei Landschaftsaufnahmen der Fall und auch manuelles Fokussieren bringt dann nichts. Hier scheint es sich um ein Softwareproblem zu handeln, welches hoffentlich mit dem nächsten Update behoben wird. Im 50-Megapixel-Modus könnt ihr die volle Sensorauflösung nutzen. Bei guten Lichtverhältnissen liefert er dann auch tatsächlich einen Vorteil und insbesondere Fotos mit kürzerer und mittlerer Distanz zum Motiv werden schärfer und detaillierter abgebildet. Die Fokusproblematik bei Landschaftsaufnahmen besteht aber auch in diesem Modus. Den Digital-Zoom sollte man wie so oft bei günstigen Smartphones nur im Notfall einsetzen und daran ändert auch der 50-Megapixel-Sensor nichts. Mit zweifachem Zoom liefern die Bilder eine deutlich schlechtere Qualität und auch hier gibt es gelegentlich wieder Probleme mit dem Fokus. Die Ultra-Weitwinkel-Kamera mit festem Fokus und 8-Megapixel-Auflösung ist mehr eine Spielerei als ein wirklich nützliches Feature. Sicherlich sind brauchbare Schnappschüsse möglich, die Betonung liegt aber definitiv auf Schnappschuss. Die Bildschärfe lässt auch bei guter Ausleuchtung deutlich zu wünschen übrig, Texturen wirken nicht sehr detailliert und über die Lowlight-Leistung brauchen wir gar nicht erst zu reden. Das Poco M4 Pro 5G verzichtet auf einen dedizierten Tiefensensor und erzeugt im Portrait-Modus seinen Bouquet-Effekt damit rein softwarebasiert. Das funktioniert weitestgehend gut, bei Motiven mit schwierigen Lichtverhältnissen oder komplexen Konturen kann es aber schon mal passieren, dass der Effekt daneben liegt. Der LED-Blitz besteht aus einer einzelnen LED und erzeugt leider kaum Licht. Da die Hauptkamera keine schlechten Lichtverhältnisse mag, darf man deshalb auch nicht zu viel erwarten. Nahaufnahmen mit dem Blitz sehen noch ganz ordentlich aus, mit zunehmendem Abstand werden die Bilder dann aber schnell immer rauschiger und unschärfer. Lowlight- oder Nachtaufnahmen mit der 50 Megapixel-Hauptkamera zeigen auch eher Schnappschusscharakter. Die Lichtausbeute ist vergleichsweise gering und die Fotos wirken nicht sehr scharf und lassen Details vermissen. Auch ein Bildrauschen macht sich dann deutlich breit. Einen Night-Mode gibt es, dieser führt aber nur zu etwas helleren Bildern, schafft es jedoch nicht weniger Bildrauschen oder noch mehr Details zu liefern. Auch mit dem Night-Mode bekommt man also unterm Strich keine wirklich schönen Fotos. Wer hofft wenigstens im Pro-Modus mit einem Stativ durch Langzeitbelichtung anständige Nachtfotos schießen zu können, der wird hier leider auch enttäuscht. Die Halbautomatik funktioniert im Pro-Modus überhaupt nicht und hat es kein einziges Mal geschafft, den Fokus korrekt zu setzen. Doch auch mit der vollständig manuellen Kontrolle gelingen keine guten Fotos, selbst mit maximaler Belichtungszeit von 30 Sekunden und entsprechend reduzierter ISO-Einstellung. Erfreulich gut ist die 16 Megapixel-Frontkamera, welche bei Tag scharfe und recht detaillierte Selfies mit natürlicher Farbdarstellung liefert. Mit HDR meistert die Kamera auch Gegenlichtsituationen, der Portrait-Modus liefert eine sauber eingerechnete Hintergrundunschärfe, Selfies innerhalb von Räumen büßen geringfügig an Schärfe ein, sehen aber immer noch anständig aus und sogar bei Nacht schlägt sich die Kamera mit Straßenbeleuchtung noch ganz anständig, wenn man die Preisklasse berücksichtigt. Für Videos bietet das Poco M4 Pro 5G gegenüber seinem Vorgänger ein Upgrade, denn das Smartphone kann nun in Full HD mit 60 FPS filmen. Hier muss man allerdings auf Bildstabilisierung verzichten. Diese gibt es nur mit Full HD und 30 FPS. Trotzdem ist das Poco M4 Pro 5G nichts für Nutzer, welche gerne mit ihrem Smartphone filmen, denn die Bildqualität bewegt sich eher im Mittelfeld und auch die Tonspur bietet nicht die beste Qualität. Slow-Motion-Videos sind mit HD-Auflösung in 120 FPS möglich. Hier bekommt man dann auch ein echtes 120 FPS-Video mitsamt Tonspur, welches man nach Belieben abbremsen kann. Genug zur Kamera, weiter zum Akku. Dieser ist mit 5000 mAh unverändert geblieben und liefert weiterhin eine solide Laufzeit. Je nach Nutzungsintensität könnt ihr mit anderthalb bis zwei Tagen Laufzeit rechnen. Deutlich verkürzt hat sich im Vergleich mit dem Vorgänger jedoch die Ladezeit, denn nun wird mit 33 statt 18 Watt geladen. Von 20 auf 75% vergehen somit nur noch rund 31 Minuten und von 20 auf 100% sind es nur noch 55 Minuten. Nachdem wir nun alles Wichtige zum Poco M4 Pro 5G abgehandelt haben, ist es dann auch an der Zeit für das Fazit. Fest steht, das Poco M4 Pro 5G ist an mehreren Stellen eine deutliche Weiterentwicklung gegenüber dem Vorgänger. Die Performance hat sich spürbar gebessert, es gibt nun Stereo-Lautsprecher, einen linearen Vibrationsmotor und Fast Charging. Das geht zwar auch mit einem höheren Preis einher, doch hält sich der Aufpreis in Grenzen und ist durchaus angemessen. Die größte Schwäche ist in meinen Augen jedoch die Hauptkamera und auch ein Grund dafür, warum ich keine generelle Kaufempfehlung für das Poco M4 Pro 5G aussprechen will. Poco selbst bietet nämlich andere Smartphones an, welche hier gehörig Konkurrenz machen. Das Poco X3 und das Poco X3 Pro sind gute Beispiele dafür. Technisch liegen diese Smartphones trotz ähnlicher Preisgestaltung in Sachen Display, Prozessor, Lautsprecher und Kamera vor dem Poco M4 Pro 5G. Verzichten muss man dafür dann aber auf die 5G-Unterstützung. Im Grunde ist es also so, dass die 5G-Unterstützung der einzige Punkt ist, welcher je nach persönlicher Priorität für das Poco M4 Pro 5G spricht. Wer also einen möglichst günstigen Einstieg sucht, für den kann sich der Kauf durchaus lohnen. Wer dagegen aktuell und in absehbarer Zukunft keinen Wert auf 5G legt, findet bessere Gesamtpakete für das Geld. Und damit ist dann, denke ich, auch alles gesagt. Wenn euch der Testbericht gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Drückt außerdem die Glocke, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen, macht es gut und bis zum nächsten Video.